Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Masis Clash Channel. Heute steht das zweite Sneak Peek des Dezember Updates an und es geht um den Dorfbeschützer. Das neue System wurde heute von Supercell in einem ellenlangen Post, wieder mal, im Forum vorgestellt. Und ich werde euch jetzt das Ganze so etwas komprimiert zusammenfassen. Ich hoffe mal, dass ich das hinkriege, denn ihr müsst dranbleiben, es ist alles relativ komplex und es gibt sehr, sehr viele Informationen. Fangen wir mal an mit dem neuen System. Der neue Dorfbeschützer ist theoretisch nichts anderes als ein erweiterter Schild, der auch dann noch gilt, wenn man seinen eigenen Schild verloren hat und der einen weiter online hält, sodass man nicht von Gegnern angegriffen werden kann. Denn solange der Beschützer aktiv ist, ist das Dorf praktisch online. Man kann aber trotzdem mit diesem Beschützer selber noch angreifen, ohne den Beschützer zu verlieren. Man kann ihn aber selber auch jederzeit wegwerfen, wenn man denn in die Verteidigung gehen möchte. Die Frage ist natürlich, wie bekomme ich ihn? Und zwar automatisch, wenn dein Schild abläuft. Je nach Liga erhält man zwischen 15 Minuten und 3 Stunden einen Beschützer und dieser Beschützer bleibt dann eben für diese Zeit. Man kann sich zudem jeden Tag einmalig mit einem Cooldown von 23 Stunden einen 2-Stunden-Beschützer für 10 Gems kaufen. Dieser Beschützer kann immer dann gekauft werden, wenn man gerade online ist und keinen Schild hat. Der ganze Vorteil von dem ist dann, dass man deutlich weniger Stress hat, wenn man mal zu spät ist, wenn man sein Schild vergessen hat oder verpasst hat. Dann ist dein Dorf trotzdem noch online und du kannst nicht angegriffen werden. Außerdem wird Clash of Clans dadurch meiner Meinung nach deutlich planbarer, weil man sagen kann, ich habe jetzt noch so und so viel Zeit von meinem Schild und ich gehe jetzt zweimal angreifen, dann ist mein Schild aufgebraucht, aber ich habe dann trotzdem noch eine Stunde von meinem Dorfbeschützer und kann in dieser Zeit ohne Probleme farmen. Auch wenn ich mal einen Disconnect haben sollte, gehe ich einfach wieder online und in dieser Zeit konnte ich ja nicht angegriffen werden. Also ziemlich, ziemlich coole Idee hier von Supercell, die aber natürlich auch Ihnen ein paar Gems einbringen wird. Im Gegenzug musste Supercell aber natürlich auch ein paar Änderungen an der persönlichen Pause machen, damit trotz diesen vielen Schilden, die es jetzt gibt, mehr Leute online sind. Und zwar wird die Onlinezeit von 6 Stunden auf 3 Stunden reduziert. Heißt, nach 3 Stunden wird man schon gekickt und muss dann für 6 Minuten offline bleiben. Wenn man aber diesen 2 Stunden Beschützer kauft, wird das Limit um 2 Stunden, also auf 5 Stunden, insgesamt angehoben. Was auch noch sehr, sehr interessant ist, sind die Liegenbeschützerzeiten. Und zwar sind die nur im oberen Segment der Liegen eigentlich wirklich relativ lange, denn alle bis inklusive Champ 1 bekommen nur einen 15-Minuten-Schild und erst ab Titan 3 werden die Zeiten schrittweise vergrößert. Bei Titan 3 gibt es einen 1-Stunden-Beschützer, bei Titan 2 einen 2-Stunden-Beschützer und bei Titan 1 und Legend einen 3-Stunden-Beschützer-Schild, der Ihnen natürlich hilft, insgesamt komplett über die Zeitspanne Ihrer persönlichen Pause, die Sie nehmen müssen, drüber zu kommen. Heißt, Sie können wirklich, wenn Ihr Schild abgelaufen ist, noch 3 Stunden online bleiben und in dieser Zeit überhaupt keine Angst haben vor Disconnects oder vor irgendwelchen Angriffen, falls Sie mal offline sein sollten. Dann schlage ich mal um und wir gehen auf die letzte Seite und zwar noch ein paar besondere Regeln, die beachtet werden müssen. Denn wenn man angegriffen wird und mit weniger als 30% Zerstörung verteidigt, bekommt man automatisch einen 15-Minuten-Beschützer-Schild draufgerechnet. Diese Zeit hilft einem natürlich, seine ganzen Fallen, seine Verteidigungen nachzuladen, X-Bögen, Inferno-Bögen oder auch seine Klambock neu zu besetzen. Da ist man dann auch relativ flexibel und das hilft einem natürlich, sich auf die nächste Verteidigung gefasst zu machen. Richtig coole Neuerungen finde ich, das gefällt mir sehr, sehr gut. Zudem wird jede Verteidigung, aus der ein Schild folgt, setzt die 3-Stunden-Pausen-Regel auf 0 zurück. Das ist klar, war bis jetzt auch immer so, wenn man verteidigt und einen Schild bekommt, dann sind die 3 Stunden, die man spielen darf, wieder auf 0 zurückgesetzt. Dann noch etwas, was vielleicht nicht so häufig drankommen wird, wenn man mehrere dieser gewonnenen Verteidigungen hintereinander hat, dann addiert es immer weiter 15 Minuten zur erlaubten Online-Zeit, genauso wie zum Beschützer und auch jede Zwangspause, also immer wenn man diese 6 Minuten nach den 3 Stunden offline gehen muss, immer wenn man da nicht angegriffen wird, bekommt man wiederum 15 Minuten zur erlaubten Online-Zeit und zum Dorfbeschützer. Bei der dritten Zeiterweiterung hat man dann aber wieder seine vollen 3 Stunden erlaubte Online-Zeit. Boah, das war jetzt echt, echt viel. Ich hoffe mal, dass ihr und ich da noch den Überblick drüber behalten können. Supercell meint ja, dass man das relativ einfach dann nach ein paar Angriffen und Verteidigungen drin hat und das schauen wir mal, wie das dann so läuft, wenn das Update draußen ist. Morgen gibt es mehr zu Loot und den neuen Trophäenberechnungen in verschiedenen Ligen im neuen Sneak Peek und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazzes Clash Channel. Ich hoffe mal, dass ihr euch noch nicht mehr habt,